Mh, nochmal. Das war nicht cool. Ah, mh mh. Okay, das ist bei der Strandkrieg. Jetzt sozusagen. Das sind immer Brüchte. Das sind nur die besten Brüchte. Ja. Das ist ein Wiener. Das ist ein Wiener. Ja, der geht jetzt eh nochmal weg, solange wir da sind. Ja. Das ist ein Wiener. Das ist ein Wiener. Das ist ein Wiener. Siehst du das? Hast du das gesehen? Mh. Wie ist es in den Wiener. Das ist eine Wiener. Das ist ein Wiener. Kannst du das? Das ist ein Wiener. Vielen Dank.